Herzlich willkommen beim Alphahusky und heute öffnen wir zwei Pokémon Booster von Lidl. Machen wir den ersten Booster auf. Ich hoffe so sehr auf iX Karten. So seltene Karten. Es gibt auch nicht mehr viele Booster bei Lidl, deswegen, viele werde ich nicht mehr öffnen können. Vor allem werden die auch von anderen Leuten gekauft, weil Pokémon ist ja sehr beliebt, habe ich gehört. So, erste Karte, Carpils, die habe ich sogar schon, ich glaube in Glitzer. Dann Klonket, Karten, die ich schon mal nicht habe. Phonifras habe ich nicht, Woldi habe ich nicht, irgendeine Trainerkarte, in dem Fall Dicke, Freude, Knurrf. Oha, Eisenrad. Noch eine Trainerkarte, verpackte Bestellung. Monte Cabo, das war mein letztes Mal auch. Noch eine Trainerkarte. Boah, was ist das für eine Karte? Drachenstechel. Aber leider keine iX. Keine iX Karte. Immerhin eine seltenere Karte. Letzte Pack. Jetzt haben wir ja wieder zurück und ziehen im zweiten, zum nächsten, zum zweiten Mal sozusagen, wieder eine richtig nice Karte. Weil die haben wir nicht, die iX Karten. Die anderen Karten sind für mich nicht so interessant. Noctur. Schlurpec. Fängt schon mal nicht schlecht an. Tyra Kroc, ja. Mit Methan. Oha, starke Karten bis jetzt. Scarabax. Auch stark. Boah. Eisenhals. Bis jetzt heftige Karten. Trainerkarte. Voll-Metall-Labor. Schaimin. Okay, das ist eine Glitzernde. Wenn jetzt noch eine Glitzernde kommt. Das ist leider nicht der Fall. Deswegen ist es auch leider keine iX Karte. Ne. Das war's. Keine iX. Erstmal keine iX. Pech gehabt. Wenn das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Dann wissen wir nächstes Mal. Ciao.